Und damit willkommen zurück zu Caiofall. Vor ein paar Folgen habe ich festgestellt, dass meine Basis weg ist, weil ich wohl zu lange offline war. Jetzt würde ich mir hier eine neue Basis aufbauen. Ich muss so ein paar Tiere wieder erst mal auf Abstand bringen. Die Gesundheit sieht nicht so rosig gerade aus. Denn aus dem Wildschwein ist ein Wolf geworden, dann kam noch eine Krabbe dazu, eine Schlange kam und ja. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile wieder mal eine Armbrust gebastelt. Und ich habe nicht mehr viele Pfeile. Wo habe ich die alle hingeschossen? Ich müsste eigentlich mehr übrig haben. Na gut, zehn Pfeile, das sollte ja erst mal reichen. Dann machen wir hier mal noch ein paar Bäume weg. Dass ich mir dann hier mal eine vernünftige Mauer ziehen kann. So, ich denke mal der Baum noch. Dann mache ich noch ein paar Fußböden. Und dann muss das reichen. Fußboden. So. Hier machen wir eine Mauer. Moment, eine Holztür. Wir brauchen mehr Bretter. Ach komm, Max herstellen. So. Holztür. Entwurf platzieren. Mach mal eine hier. Eine da. Da. Hier. Und da. Mhm. Das war die falsche Taste. Entwurf platzieren. Da 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 da. Da 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 da. So. Jetzt. Altwende. Bauen. Level 4. Ich glaube der Platz ist wirklich besser gewählt diesmal. Wir bauen uns ein Hauschen. Oder ein Lager. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ob da ein Dach drüber ist. Hier ist ein Lebewesen in der Nähe. Das wird bald beseitigt. Bauen Level 5. Jawoll. Kein Platz. Ach, da wächst irgendwas. So, dann konstruieren wir weiter. So. 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 Holzschlag Level 7. Oh, eine schöne Biocke. Da, 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 da. So, ich glaube wir haben jetzt erstmal wieder genug Holz. Dann mehr Wände. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und ist immer noch im Weg. Okay, dann machen wir mal ein bisschen was verschieben. Aber hier unten wollte ich ein bisschen Erde lassen, um vielleicht Beete hinzumachen. Ich weiß nicht, ob ich Beete auf Holzfußboden machen kann. Mal die Ecke freiräumen. Da, 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 da. So, dann nehmen wir mal kurz die Waffe. Ach, das ist jetzt nicht Schnecke, das Lebewesen. Gut, dann doch noch ein paar Wände. Weltraumschrott. Oh, oh, oh. Okay, ich hole mir Weltraumschrott hier irgendwo. Wie sieht der denn aus? Ah. Leute. Ich such doch nur Schrott. Ah, der sucht auch schon Weltraumschrott. Hilf. Okay, krass. Der hat eine massive Wunder. Hier brauche ich, glaube ich, nicht nach Schrott suchen. Kein freier Platz mehr, verdammt. Hier. Rote Heilpflanze. Mist. Komm, komm, komm. Wir essen Ananas. Hier ist ein Fass. Ach. Hier wohnt der wohl. Na gut, dann gehen wir zurück zu unserer kleinen Basis. Bescheidenen Basis natürlich. Hilfe. 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 Du musst doch. Ah, hier. So, schnell rein. Tür zu. Dann machen wir Fußboden weiter. Dann machen wir Fußboden weiter. So. Trautes Heim. Glück allein. Trautes Heim. Oder. So ähnlich. Äh. Konstruktion. Nahrung. Du kannst ihn mit der Plötung befinden. Natürlich. Du kannst ihn mit dem wasser nehmen. Dann kannst du den wasser nehmen. Nur bis zu dem wasser fahren. Himmel zum wasser nehmen. Das ist alles. Wie wir hierzu. Es geht um hierzu. Das ist. Hierzu. Was ist das so? so interagieren das da rein was legen wir weg abgestandenes wasser und gift weg und da was wollen wir noch trockenschrank den trockenschrank machen wir hier oben hin und da drei stunden rezeptur durchsuchen also fleisch und salz ok dann ist das ja schon mal blödsinn ein kocherd entwurf platzieren noch mal so dann landwirtschaftliche werkbank die machen wir auch hier oben hin und hier kommen die anderen werkbänke erstmal hin ein zubereitungstisch rüstungswerkbank moment da brauch ich schon wieder holz ok ok kann man die irgendwie drehen ok 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 naja gut ok 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 Und das ist ungünstig. Wo ist da oben? So, dann beenden wir mal die Folge hier. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.